Hier haben wir einen australischen Mann. Der australische Mann wird das Heilige aus Deutschland genießen. Sie führten aus seinen Interessen das Bier. Sobald er weiß, das Bier ist nicht zurückzuweisen, geht er zu seiner Bier-Schutzbarriere zu erfüllen. Als nächster wird der australische Mann wie der blümlichen Essen seines Bier. So ist ein Nasenlock. Dann der andere. So dass sein zweiter Nasenlock nicht eifersüchtig ist. Es ist Zeit, um das Bier zu gießen. Er nimmt seinen gekühlten Bierglas, genannt Skuna, und schüttet sein Bier mit viel Liebe. Es ist Zeit, um das Bier zu gießen. Er sagt, der weiße Schaum, genannt Kopf, Lippen, Testi, Textur, Richtig ist. Ja, die Textur ist perfekt. Jetzt ist der australische Sieg, so eine Neigung und seinem Skuna von den Trinken, den Inhalt. Er nimmt seinen ersten Trink und Erfolg. Er gibt Heiniger den Daumen nach oben und meiner Melleke nicht in der Billigung. Es ist leicht zu sehen, dass Heiniger machte dieser Aussie-Mann wirklich glücklich für sein Bier. Untertitelung im Auftrag des ZDF,